Wir wollen uns heute etwas beschäftigen mit dem Thema PNI, das steht für Psycho-Neuro-Immunologie. Mein heutiger Gast, Prof. Dr. Stefan Hockertz. Er ist Immunologe, Toxikologe und Pharmakologe und absolut prädestiniert für dieses Thema. Herzlichen Dank, Stefan, bist du willkommen und ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen zusammenquatschen können über dieses Thema. Kannst du den Zuschauern in einem Satz erklären, was PNI ist? Das ist schwierig. Erstmal danke für die Einladung und dass wir uns hier gemeinsam unterhalten können. PNI, Psycho-Neuro-Immunologie, fasst die drei Makrosysteme unseres Organismus zusammen. Jetzt muss ein Satz daraus bleiben. Drei Makrosysteme, die Psyche, das Nervensystem und das Immunsystem. Das Besondere an diesen Organsystemen ist, dass sie über den ganzen Körper verteilt sind. Und nicht sozusagen lokalisiert sind wie die Niere, die Leber, das Herz. Okay. Wir werden viel Zeit verbringen und am Schluss sollte es jedem klar sein. Das ist ein grosses Thema. Wir beginnen jetzt mit dem P, dem Thema Psyche. Okay. Und hier die erste Frage, Stefan. Ich habe mal einen Pathologen gehört, der hat gesagt, ich habe über tausend Autopsien gemacht und ich habe noch nie eine Seele gefunden. Was ist denn die Psyche? Das ist eine gute Frage. Die Psyche und die Seele sind natürlich wahrscheinlich zwei völlig verschiedene Angelegenheiten. Die Seele ist für mich etwas, was den Menschen als Ganzes ausmacht. Die Psyche ist kein Organ, ist also kein fassbares, auch im Gehirn werden wir die Psyche als solche nicht finden, sondern die Psyche ist für mich ein Ergebnis. Ein Ergebnis aus Verhaltensweisen, aus dem, was unser Gehirn uns sagt, dient, rezeptiert. Und deshalb würde ich sagen, Psyche ist etwas, was wir als Ergebnis betrachten, aber nicht als Organ betrachten können. Kann man jetzt sagen, es ist eine Funktion des Nervensystems? Ja. Es ist eine Funktion des zentralen Nervensystems hauptsächlich. Und was uns Menschen halt ausmacht, dass wir psychologisch ebenso unterschiedlich, wie wir sind, auch ganz unterschiedlich reagieren. Mhm. Denkst du, Menschen können ihrer Psyche selber helfen? Ganz sicher. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir die Psyche oder auch die Psychosomatik, das ist ja ein Begriff, der sich letztendlich daraus ergibt, dass wir sie unterschätzen. Oder auch falsch einschätzen. Wenn ein Arzt heute nicht mehr weiter weiss, dann sagt er, das ist psychisch bedingt. Wenn er eine Krankheit nicht richtig erklären kann, dann bedeutet das so viel, wie der Mensch bildet sich das ein. Und das ist falsch. Denn die Psyche kann ja in uns vieles bewegen. Wir können Dinge erleben und meinen, dass sie uns schaden. Wir werden dadurch wirklich krank, weil wir der Meinung sind, dass es uns geschadet hat. Das heisst, die Psyche ist durch uns selbst sehr, sehr gut steuerbar. Mhm. Also ich erlebe das auch so, oder viele Patienten erzählen mir das, dass ihnen der Arzt gesagt hat, ja, ihre Krankheit sei psychosomatisch. Und ich habe da schon so meine Zweifel. Es ist häufig ein Ausweg, weil man nicht weiter weiß. Weil man nicht weiß. Weil man nicht weiter weiß und dann sagt man einfach nur, ja, das ist halt nun mal psychosomatisch. Aber ich erlebe es eben sehr stark, zum Beispiel bei Tumorpatienten, die mal andersrum betrachtet nicht krank werden, sondern sie sind krank, sind schwer krank. Und wenn sie sich mit ihrer Krankheit psychisch arrangieren, also wenn sie sagen, das ist nicht der Feind in meinem Körper, sondern es ist eine Zelle, die eigentlich überleben wollte. Wenn sie anfangen, ihre Krankheit zu verstehen, ist das die Hälfte der Genesung. Ja, ich erlebe es auch so. Also die Menschen, wenn sie eine gute Beziehung finden zu einer Diagnose, wenn sie positiv sich da rein einstellen, dass sie viel die bessere Prognose haben in diesen Fällen. Ja, und ich meine auch nicht, dass man jetzt mit psychoaktiven Substanzen zwingend das machen muss. Nein, 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 mit der Einstellung. Sondern dass es die innere Einstellung ist. Also wir fassen das wieder begrifflich zusammen mit Selbstheilungskräften. Die spielen bei der Psyche eine ganz entscheidende Rolle. Gibt es denn Verhaltensweisen, wo die Menschen sich psychisch selber schädigen können? Ganz sicher. Das sehen wir tagtäglich in Situationen, wo zum Beispiel starke Angst eine Rolle spielt. Angst, die in Panik übergeht. Schadet der Psyche ganz extrem, weil sie den Blick einengt. Weil sie letztendlich den Menschen zu Verhaltensweisen führt, die nicht mehr gut für ihn sind. Und Angst ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Angst ist auf der einen Seite wichtig. Das ist immer wie auch bei den Arzneimitteln. Die Dosis macht das Gift, wie Paracelsus schon sagte. Und hier ist es die Dosis, die in letzter Konsequenz die Angst, die schädigende Form der Angst, der Furcht ausmacht. Es gibt auch Auswirkungen von außen. Also das bewusste Wegsperren von Menschen. Ungerechtigkeit. Was wir in letzter Zeit häufig erlebt haben, Entwürdigung. Entwürdigung ist etwas, also die Würde des Menschen ist im Grunde unantastbar. Das steht in all unseren Grundgesetzen drin. Letztendlich aber haben wir in der letzten Zeit erlebt, dass wir durchaus Massnahmen erleben, die entwürdigend sind und sein können. Und die haben auf die Psyche eine ganz starke, schädigende Wirkung. Ganz tief. Besonders bei Kindern, die eben in der Lage sind, diese Entwürdigung gar nicht mehr zu verarbeiten. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die mediale Panikmache? Wenn Pandemie, Energiemangel, Kriege, überall negative Berichterstattung, was sind die Auswirkungen auf die Psyche der Menschen? Druck. Ganz einfach Druck. Und zwar Druck von außen, das Schaffen von Angst. Das ist das eine, was gemacht wird. Dann, wenn man auf diesen Druck reagiert, eventuell gar mit einer Handlung, dass man zu einem Arzt geht, sich was verabreichen lässt, was eventuell gar nicht genutzt hat. Dann ist es auch die Erkenntnis, dass aus diesem Druck heraus man Handlungen begangen hat, die man später wieder bereut. Das ist ein Teufelskreis. Der Teufelskreis ist, dass ich zunächst die Angst habe, die Angst aus der Angst heraus Handlungen begehe oder begehen lasse. Und dann erkenne, dass die Handlung falsch war. Wiederum ein Druck aufgebaut wird, der mich weiterhin schädigt. Diesen Teufelskreis, der muss durchbrochen werden, ansonsten ist es tatsächlich die Spirale des psychischen Drucks. Und den sehen wir heute. Bei mir in der Praxis, ich habe viele verängstigte Patienten. Wie gehst du damit um? Versuchen, die Ängste etwas zu relativieren, indem man auch die andere Seite zeigt. Sagen wir jetzt, jemand hat Angst vor einer Infektion, einer Pandemie, dann einfach zu zeigen, schau mal, es gibt Heilmittel. Ein Virus bringt normalerweise einen Menschen nicht um. Und einfach die andere Seite zu zeigen und zu sagen, die Angst ist zwar verständlich, aber sie ist nicht immer ganz begründet. Es gibt ja Lösungen, wie wir so ein Problem, das uns Angst macht, auch wieder zum Verschwinden bringen. Für mich ist die Problematik, deshalb habe ich dich gefragt, wie machst du das? Weil ich stehe häufig vor der gleichen Fragestellung und ich bemerke, dass Menschen gerade in der heutigen Zeit, also in den letzten zwei Jahren, psychisch so stark unter Druck sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, aufnahmefähig zu sein. Ja, also dort ist auch die Grenze. Ich habe einzelne Patienten, die sind so angeschlagen, die können mir nicht mehr zuhören, die nehmen nicht auf, was ich sage. Da habe ich keinen Zugang mehr. Das sind dann wahrscheinlich die Fälle, wo ich auch den Psychiater um Hilfe bitten muss, weil ich selber da den Zugang nicht mehr finde. Aber der grosse Teil der Patienten, da kann man mit einem Gespräch die Angst relativieren. Ich habe ja auch viele Tumorpatienten und wenn man mit ihnen zeigt, schaut, das ist nicht das Todesurteil. Leider kommt es vor, dass die Leute mir sagen, der Onkologe hat gesagt, ich lebe nur nach drei Monaten. Das ist ja logisch, dass das Angst auslöst. Aber wenn ich hier sage, schau mal, der Onkologe ist nicht Gott. Das mag eine Statistik sein, aber das heisst nicht, dass es auf dich zutrifft. Wir müssen jetzt Lösungen finden, damit du eine bessere Prognose hast, als dir gesagt wurde. Wenn ich über solche Dinge rede, da merke ich, wie die Ängste abgebaut werden können. Ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen zwei Stufen eines psychologischen Druckes. Das eine ist der psychologische Druck, den du gerade beschreibst, dass man sagt, das ist eine Krankheit, mit der ich mich versuche auseinanderzusetzen, wo ich Angst habe vor dem Tod, wo ich Angst habe vor Folgen. Und das andere ist tatsächlich, was wir ja erleben, ist eine Psychose von ganz vielen Menschen, die irrational ist. Also ich kann ja Angst haben vor etwas, was da ist. Ich kann aber auch Angst haben vor etwas, was völlig irrational ist, was völlig auch der Basis entbehrt. Wir haben das ja erlebt, mit welchen absurden Argumentationen zum Teil diese Angst geschürt wird. Je absurder, desto irrationaler ist die Angst, aber desto tiefer ist mein Eindruck, ist die Psychose. Und dann ist es, glaube ich, schwierig, Menschen zu erreichen, indem man dagegen redet, sondern meine Erfahrung ist dann eher, Menschen zu erreichen, indem ich mit Gleichnissen arbeite, mit Metaphern. Indem ich versuche, diese ganzen Begrifflichkeiten, die immer wieder von den Massenmedien benutzt wurden, ich will sie jetzt hier bewusst nicht wiederholen, dass die eben nicht benutzt werden, sondern dass man auf ein Gleichnis geht und auf ein Gleichnis erzählt und dann die Menschen versuchen anzufangen, sich da hineinzudenken und das zu verstehen. Jetzt medizinisch gesehen, wenn Patienten mit Depressionen zum Arzt gehen, dann erwarten sie in der Regel, dass sie ein Medikament bekommen. Und es ist ja auch so, dass eigentlich die Medikamente im Vordergrund stehen. Würdest du als Pharmakologe sagen, ja, es gibt Substanzen, die klar die Psyche wieder verbessern? Im Arzneimittelbereich bin ich da ganz vorsichtig, muss ich gestehen. Denn das, was zur Anwendung kommt, das kennen wir ja, ich möchte das jetzt nicht in extenso ausführen, sind aber doch meistens Substanzen, die den Menschen beruhigen. Die Angstiolyse, also das Angstlösende, ist ja im Grunde nichts anderes, als dass es die Menschen beruhigt. Inwieweit das tatsächlich eine Auswirkung hat, es kann sie beruhigen oder es kann sie langsam machen in ihrer Entscheidung, also auch langsam in ihrer Angst, ist für mich nicht das Mittel der Wahl, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe das sehr, sehr kritisch. In manchen Fällen ist es unumgänglich, wenn eine akute Gefahr besteht. Aber das sind ja die seltenen Fälle. In den häufigsten Fällen ist diese Angst begleitend da. Sie belastet mich. Und das Herunterfahren der Empfindung, letztendlich ist das ja, Angstiolyse, das Herunterfahren einer Empfindung, kann nicht die Lösung sein. Für mich habe ich da eher die Lösung, den Menschen zu stärken und ihn nicht zu schwächen. Denn wenn ich Gefühle herunterfahre, wenn ich ihn langsam mache, dann schwäche ich ihn. Ich möchte ihn aber stärken. Sehr gutes Stichwort, Stefan. Die Psyche stärken. Es gibt ja auch Vitalstoffe, welche die Psyche stärken. Und über diese wollen wir uns in einem zweiten Teil unterhalten. Bleiben Sie dran. Es geht gleich weiter.